Aktuell sind die Beschaffungspreise für Strom und Gas auf einem sehr hohen Niveau. Bedingt durch geo- und klimapolitische Anforderungen ist ungewiss, ob und wann die Energiepreise wieder sinken. Stadtwerke belastet dies stark. Kunden fragen bereits Alternativen zum Erdgas bei Stadtwerken an. Um auch kurzfristig den Energieverbrauch zu senken, geraten Maßnahmen zur Energieeffizienz wieder verstärkt in den Fokus. Für Stadtwerke bedeutet die hohe Nachfrage zur Effizienzberatung aber nicht nur erhöhter Arbeitsaufwand, sondern auch eine Chance, sich mit Ihren vielfältigen Energiedienstleistungen noch deutlicher zu positionieren. So finden Sie in unseren digitalen Tools wie dem Energiehaus auch jede Menge Einspartipps. Bei unserem Rechnungserklärer auch auf verschiedenen Sprachen. In einem speziell für das Thema produzierten Erklärfilm gehen wir kundengerecht auf die Themen Energiepreis und Beschaffung ein. Möchten Sie Ihre Kunden umfassend über Einsparmöglichkeiten informieren, so können Sie ab sofort die ASEF-Broschüren für Privat- und Gewerbekunden kostenfrei nutzen. Die ASEF stellt die Unterlagen als PDF oder als offene Datei zur Individualisierung für Sie bereit. Aber auch Anschreiben und Textvorlagen zur Preisanpassung haben wir für Sie zusammengestellt. Wir helfen Ihnen gerne bei der Ausrichtung Ihres Angebotes zur Energieberatung, sowohl im Privatkundenbereich als auch für Ihre Gewerbe- und Geschäftskunden. Nutzen Sie unser Angebot mit Stadtwerkekolleginnen und Kollegen in unseren Erfahrungsaustauschen zu diskutieren und dort gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Unsere Leistungen für Sie finden Sie gebündelt unter dem Energiethema Energiepreis und Energieeffizienz auf unserer Webseite asef.de て culatieren Sie für Sie beginnen. Untertitelung des ZDF gegen Polizist